Als die Zeit kam, dass Elisabeth ein Kind haben soll, brachte sie ein Sehen zur Welt. Ihre Nobers und ihre Freundschaft hielten, dass die Haare ihre Gründe in Not bewiesen haben und freute sich mit ihr. Am 8. Tag kämen sie das Kind zu beschnieden und wollen ihm nur seinen Vordersecheriers vernehmen. Dann vermult seine Mutter sich und sagt, nein, die soll die Haaren heißen. Sie sagen zu ihr, du hast ja in der Freundschaft keiner, der den Namen hat. Dann mögen sie seinen Vordersecher um herauszufinden, wo er den Namen will. Er fadert sich was zum Schreiben und schreibt, sein Name ist die Haaren und sie wundert sich woran. Dann ging er plötzlich durch den Mühl ab und seine Tung war los und er konnte reden und lief Gott. Dann kam eine Frage über alle, die dort wohnten. Und alles, was auf ihr gesagt wurde, kriege sie an die jüdische Borgländer zu hören. Und alle, die dort hörten, leiden sich dort zu horten und sagen, was wird das für ein Kind sein. Dann Gott seine Hand wird bestimmt Eva an. Dann kam der Heilige Geist über seinen Vordersecheriers. Dann seht die am Prophetischen sein so. Sie sagen, es ist Israel, ihr Gott, ein Haar, denn er hat sein Volk Israel besorgt und geraten. Er hat uns in seinem Knechtdorf, in seinem Haus, mit einer gewaltigen Heilung versorgt. So hat er uns in aller Zeiten her, der sich seine heiligen Propheten hat eingeladen. Denn wir von unseren Feinden und all die, die uns halten, sollen geraten worden, um die Gnade an uns zu bewiesen, dass er unsere Vorders versprochen hat und seinen Bund nicht vergeten wird. Und dass er unseren Vorderobramen dort abgeschworen hat. Dass er seine Versprechen hat und uns von unseren Feinden raten, dass wir ihm ohne Verricht, solange wir leben, in Heiligkeit und Gerachtigkeit dienen können. Und du Kind wirst in aller Hechten sein Prophet genannt worden. Denn du wirst in Haaren verabschworen, um den Weg rein zu mögen. Du wirst in den Volk sagen, dass sie dadurch keine Gerad waren, wann an die Sünden vergeten worden. Der Gott sind Leiftolget erboren, und wird die Morgensson vom Himmel ever ans abgehauen, ever die zu schienen, die unter die Doudeswolk am Diestern zetten, und an sie feit auf den Friedensweg anabstehen. Und er kennt was und wird stark im Geist, und er bleib in der Wildnis, was er für einen Tag kam, sich Israel fertigzustellen. Untertitelung des ZDF, 2020